Einen wunderschönen guten Abend aus Berlin, aus den Pi-Radio-Studios, aus Berlin-Mitte. Mein Name ist Simi und vertrete die Sonja, die in Kroatien Urlaub macht, von meiner Seite aus. Herzliche Grüße nach Kroatien und natürlich liebe Grüße auch an alle Taxifahrer in Europa, weltweit, die uns hier auch zuhören können und als Gast habe ich hier diesmal in der Sendung Halil Sar. Hallo. Halil, du bist ja Taxifahrer in Berlin. Wie lange machst du das schon? Ich mache das jetzt seit zwölf Jahren und mit Liebe natürlich. Mit Liebe. Du bist angestellter Taxifahrer. Richtig. Und was machst du sonst noch neben deinem Taxifahrerleben? Nebenbei mache ich eine YouTube-Sendung, drehe im Taxi mit Kunden natürlich die Unterhaltung, nehme das Ganze auf und dann poste ich halt in meinen Kanal. Okay. Wie heißt dein Kanal? Mein Kanal heißt Ali The Way und der Name kommt eigentlich von einem Kunden, die mir in dem Taxi das gesagt hat, dass ich einen Namen benutzen soll, in dem ich halt jeden mit hineinziehen kann. Und so ist dann halt dieser Name entstanden. Eigentlich heißt es All The Way, also nimmt alles mit. Und dann kam die Gedanke mit meinem Namen Ali, nimmt alles mit. Und wie kamst du überhaupt auf diese Idee, einen YouTube-Kanal zu gründen? Also zuerst habe ich angefangen, in Kreuzberg so einfach so aufzunehmen, indem ich einen türkischen Superstar, der inzwischen auch schon verstorben ist, habe ihn dann seinen Bereich aufgenommen und ein bisschen Kleinigkeiten-Edition gemacht und dann so einfach verpostet. Und somit habe ich dann angefangen. Wann kam denn die erste Folge? Also das war September 2019, also knapp vier Jahre jetzt. Und somit habe ich dann angefangen halt. Okay, die letzten vier Jahre, also da hatten wir ja natürlich auch gewisse Zeiten. Ich will dieses berühmte Wort nicht mehr nehmen, weil das will keiner mehr hören. Aber was waren am Anfang deine Ziele mit diesem YouTube-Kanal? Also eigentlich wollte ich Privates aufnehmen, so Familie, Freunde und so weiter. Aber natürlich habe ich dann die Gedanke gehabt, warum mache ich nicht mit meiner Arbeit als Taxifahrer und somit mit den Kunden Unterhaltung das Ganze aufzunehmen. Natürlich mit den Erlaubnissen, die keine Erlaubnis geben, die nehme ich natürlich nicht auf. Und interessante Unterhaltung habe ich dann alles aufgenommen und die ganzen Videos habe ich dann veröffentlicht. Und das war einfach dann der erste Schritt gewesen in der Taxibranche, die mit den Kunden Unterhaltung zu veröffentlichen. Du meinst, nicht alle Fahrgäste waren damit gleich einverstanden? Nein, viele haben immer Ja gesagt, waren sehr gut drauf, aber einige haben dann auch Nein gesagt, weil einfach die wollten das nicht Privatsphäre, sage ich mal so. Kann man auch gut verstehen. Natürlich. Die Leute, die natürlich im Taxi einsteigen, die wollen auch von A nach B gefahren werden, ihre Ruhe haben, vielleicht noch andere Dinge noch erledigen, und das Taxi als Büro vielleicht noch nutzen. Aber deswegen sollte man natürlich auch auf jeden Fall das Einverständnis einholen. Natürlich. Aber das Erste war, dass ich mit den Kunden einfach erstmal die Kunden angeschaut habe. Wenn die angefangen haben zu reden, dann habe ich dann sofort gesagt, okay, warum nicht? Dann habe ich dann sofort immer zugeschlagen und gefragt, wollen wir nicht mal eine Videoaufnahme machen? Ja, um was geht es? Ja, die ganze Unterhaltung, was wir jetzt gerade so reden und so, das nehme ich alles auf. Und dann haben die immer Ja gesagt. Und somit habe ich dann immer weiter, weiter Videos aufgenommen. Und die Fahrgäste, haben die mal von dir eine Karte verlangt? So nach dem Motto, wo kann ich nachschauen, wo kann ich dich wieder als Taxifahrer bestellen? Also viele haben nachgefragt, aber leider keine Visitenkarte gehabt. Aber ich habe immer gesagt, ihr könnt einfach unter meinem YouTube-Kanal mich auch erreichen, auch Kommentare schreiben und so. Und viele habe ich natürlich auch per Ort die Namen gesagt worden im YouTube-Kanal und somit haben die dann sofort auch reingegangen, erstmal abonniert und Like gegeben und dort halt dann auch später mich auch weiterhin begrüßt. Okay, Abonnenten ungefähr die Zahl? Wie viel hast du da? Knappe jetzt 360 Abonnenten. Ich hoffe, das kann doch weiter hochgehen. Na, ich denke mal, die Radio-Zuhörer werden gleich auf YouTube Ali's Away im Suchschema eingeben und hoffentlich haben wir dann nach der Sendung viel mehr Abonnenten, die natürlich auch jedes Video... Wie viele Videos hast du ungefähr bisher gemacht? Also knappe 17 Videos, aber wie du weißt, hatten wir auch schwierige Zeiten gehabt. Die letzten zwei Jahre, die waren wirklich harte Zeiten, Corona-Zeiten, da konnten wir gar nichts machen. Und das war einfach der Auszeit erstmal gewesen. Und nachher habe ich dann wieder angefangen, Videos aufzunehmen und letzte Zeiten habe ich dann jetzt wieder angefangen, zu Videos aufzunehmen. Aber natürlich, dafür braucht man auch ein richtig gutes Equipment. Eigentlich habe ich einen großen Traum, aber den kann ich dir auch nachher das sagen. Das ist gut. Das ist wunderbar. Das ist auch ein Grund für mich. Auch dein Wunschlids oder Wunschlieder. Diesmal habe ich mir die Freiheit genommen, selber keine Lieder zu bestimmen, sondern dass meine Gäste sozusagen das auch nehmen können. Das erste Lied ist von wem? Von Pavarotti und James Brown. Also nur Pavarotti war das natürlich nicht. Nein, nein. Der war dann noch mit dabei. James Brown. James Brown. Also beide mögen sie in Frieden ruhen. In Frieden. Super Künstler und eine Inspiration auch für die heutige Jugend, die vielleicht zwar nicht in die Richtung, aber von denen eine ganze große Scheibe dann abschneiden können. Dein YouTube-Kanal, um eben von der Musik nochmal zum YouTube dann zu kommen, da wird ja auch viel Musik ja gemacht. Du hast ja auch ein gewisses Equipment. Was für eine Technik wird dort sozusagen im Auto? Also im Auto ist nur ein GoPro als Kamera, aber leider kein Mikrofon. Da habe ich diese Schwierigkeiten immer und muss halt leider immer mit meinen Telefonnummern mitarbeiten. Auf einer Seite ist mein Telefonnummern an. Da nehme ich die ganze Lautstärke, sondern das ganze Geräusch. Okay, diese ganze Sprechen, die nehme ich immer von Nord auf. Und GoPro nimmt halt ein normales Video auf und mache dann halt zu Hause dann halt beides in einem Videoprogramm. Mache ich dann halt alles beide gemeinsam auf und dann so entsteht halt mein Video. Also wie lange dauert die Nachbearbeitung? Das heißt, dein Mikrofon in dem Sinne, das fehlt dir. Ja. Aber wie lange arbeitest du dann an einem Video? Also das kommt immer auf deine Begabung an. Wenn du dieses Videoprogramm gut auskennst, dann kann es bis zu zwei Stunden dauern. Aber wenn du neue Übergänge oder Effekte, wenn du sowas halt ausprobieren willst, dann dauert das bis dreieinhalb, vier Stunden manchmal. Manchmal vergisst du halt einige Kleinigkeiten, dann fängt es wieder von vorne mal an. Das ist mir schon sehr oft passiert. Das glaube ich dir. Da ist es wirklich, muss ich löschen, wieder von vorne anfangen. Manchmal hat es auch gedauert, den ganzen Tag. Muss ich auch nicht arbeiten gehen. Na, wenn du nicht arbeitest, kannst du auch kein Geld verdienen. Ja, aber das ist halt aus Leidenschaft. Ich mache das auch mit Videoaufnahmen, mache ich auch mit Liebe. Aber wie gesagt, da fehlt halt noch einige Equipment, wie Mikrofone. Auch Lichtprobleme habe ich, wenn es Nacht ist, dann sieht man nicht so richtig. Da muss ich dann halt dann immer zusätzlich hinten so kleine Lichter mal reinpacken, dass es dann hinten auch die Kunden sichtbar ist. Und das ist immer so ein Problem bei uns. Das Problem ist ja auch, wenn du zu viel Licht im Auto hast. Das ist ja natürlich in der Straßenverkehrsordnung. Da darfst du ja auch nicht natürlich von anderen Verkehrsteilnehmern die Aufmerksamkeit zu dir ziehen. Das kann natürlich auch ein böses Nachspiel dann auch haben. Was für Erfahrungen hast du mit Fahrgästen gemacht? Gab es da schon mal lustige Anekdoten oder interessante? Gab es vielleicht jemanden, der unbedingt singen wollte oder was auch immer? Also einer hat angefangen auch zu singen. Und seine Stimme war wirklich grausam gewesen. Aber Kunde ist König. Aber für mich war er okay gewesen. Aber hat er ja auch nicht lange gemacht. Aber ein Video habe ich gemacht Weihnachten. Indem ich halt dann die ganze Kunden mit Schokoladen verschenkt habe. Und so glücklich gemacht habe. Und das Ganze habe ich auch in meinem YouTube-Kanal veröffentlicht. Können wir auch anschauen. Es gibt natürlich auch andere Sachen. Aber leider habe ich in dem Augenblick vergessen, das Ganze aufzunehmen. Ist mir auch sehr oft passiert. Manchmal denke ich, dass der Kamera läuft, aber eigentlich läuft er gar nicht. Und somit ist mir halt dann das ganze Video ins Mülleimer gelandet. Sowas ist mir auch sehr oft passiert. Apropos Schokolade. Schokolade macht dir glücklich, ne? Ja, natürlich. Und für die Zuhörer, die gerne Schokolade essen wollen, macht das ruhig weiter. Aber nicht vergessen, danach die Zähne zu putzen, ne? Jetzt der singende Fahrgast. Also ich finde es mutig. Auch wenn man eine schlechte Stimme hat. Also wenn ich jetzt anfangen würde zu singen, ich glaube, viele Zuhörer würden sofort entweder Kanal wechseln oder leise stillen. Oder Zahnschmerzen. Oder Zahnschmerzen haben. Und von den Fahrgästen, die du bisher hattest, gab es dann eine Person, die dich besonders imponiert hat, eine Berühmtheit oder ein Erlebnis oder eine Geschichte. Ich weiß nicht, ob du Taxi für Madeleine mal gesehen hast. Und da war da ja auch eine ältere Dame, die dann ins Taxi eingestiegen ist und dann ihr ganzes Leben zum Beispiel da Revue passieren lassen hat. Und der Taxifahrer eigentlich nicht so gut drauf war, aber die haben sich dann angefreundet. Und das ist eine schöne Geschichte. Hast du denn so mit älteren Fahrgästen? Also jetzt ohne Videos ist mir schon mal ein Fahrgast eingestiegen. Und da habe ich ihn in Frohnau genommen, in der Nähe von Zeltinger Platz und ist eingestiegen und hat angefangen zu sprechen. Aber nonstop, wie ein Wasserfall hat er angefangen zu reden. Ich konnte kein Wort dazwischen was sagen. Immer wenn ich was sagen wollte, hat er mich so mit seiner Stimme einfach zur Seite geschubst. Und ich habe nur noch gebetet, bitte, lieber Gott, schnell wie möglich ihn aussteigen lassen, weil ich kann ihn nicht mehr anhören. Und dann sind wir nach Schöneberg, Fugastraße, Ecke Martin Luther, sind wir hingefahren. Und dann habe ich gesagt, bitteschön, Endstation. Aber auf der anderen Seite freue ich mich, dass er jetzt gleich aussteigen wird und ich meine Ruhe haben werde. Er meinte zu mir jetzt, ja, jetzt können wir wieder zurückfahren. Ich sage, wie bitte? Zurückfahren? Wieder zurück nach Frohnau? Ja, sagt er, nach Frohnau. Und ich, okay, wieder dasselbe. Grausame Zeiten, wieder zurück. Und dann, letztendlich sind wir angekommen, aber ich so, weil mein Leben irgendwie zehn Jahre sind weg. Aber kannst du dich daran erinnern, über was er so geredet hat? Er hat nur geredet, also ich wusste gar nicht, was er überhaupt geredet hat, weil ich bete die ganze Zeit, dass er irgendwie aussteigen soll und dann ich wieder meine Ruhe haben möchte. Und letztendlich, wo wir angekommen sind, hat er dann mir das Geld gegeben, ein bisschen Trinkgeld und hat mir wirklich das gesagt. Danke, dass du mir zugehört hast. Ich mache das jede Woche einmal. Ich fahre immer zu derselben Stelle und fahre wieder zurück. Die Stelle, da habe ich als Jugend alleine gewohnt. Und jetzt, wo du mich jetzt hier ablässt, ist mein Haus. Ich habe das Haus angeschaut. Es ist ein super, super schönes Haus gewesen. So ein Millionenwert Haus. Ich meinte, ich habe Geld. Ich habe Auto. Ich habe alles. Ich habe ohne Ende alles. Aber ich habe keine Freunde mehr. Und ich brauche jemanden, mit dem ich reden möchte. Und darum mache ich jede Woche einmal mit Taxi diese Fahrt, damit ich reden kann. Und nachdem er ausgestiegen ist, dann habe ich mich erstmal so, kurz mal so hingesetzt und gefragt, was habe ich getan? Warum ich Ihnen das gesagt habe? Und da war mir einfach klar gewesen, dass Menschen, andere Menschen auch brauchen, einfach nur das Innere rauszuwerfen, sozusagen sprechen können. Und da hat er mir wirklich leid getan. Und das war das, wie soll ich dir sagen? Du hast dich geschämt im Endeffekt. Sozusagen, ich habe mich wirklich geschämt, was ich da überhaupt getan habe. Und ab dann habe ich dann immer wirklich, die ganzen Kunden habe ich immer zugehört. Egal, was die mir sagen. Ja, das sind so, speziell mit älteren Fahrgästen hat man immer die Situation, die sind alleine. Genau. Die haben vielleicht Kinder oder Verwandte, aber die sind weit weg. Und wenn man allein ist, die Seele ganz allein dann baumelt, dann ist es mal schön, dass mal wirklich mal ein Taxifahrer da ist. Und egal, ziellos, einfach mal zwei Stunden, drei Stunden, das gibt es schon zwar immer wieder, aber man muss wirklich immer schauen, dass man dann auch selber als Taxifahrer auch nicht zu sehr abgelenkt wird vom Autofahren. Weil schließlich hat man ja nicht nur sein eigenes Leben im Auto, sondern auch von Dritten. Und ich denke mal, nach dieser rührenden Geschichte, also als Lektion kann man es ja auch dann sehen. Du hast dich dann verbessert. Natürlich. Jeder hat seine Lektion gezogen. Gehen wir zu deinem zweiten Lied. Hast du es noch im Kopf? Nee, leider nicht mehr. Dann fragen wir die Technik. Öskan. Öskan.